Es wird lustig hier. Wir legen hier noch eine flotte Solo-Parkett und dann gehen wir rüber. Bei Tetzla, Freund von der Idee. Ja? Heinzli, wir verabschieden uns gleich. Wir machen noch ein Abschieß-Tänzchen und dann gehen wir rüber. Oh, weil ich hier so eine richtig süße Puppe Heinz. Eine, die dich richtig lieb haben kann. Ja. Glubbst du nicht? Ich würde dich festhalten. Dich knutschen in meinem Haus. Trag dich über die Schwelle ins Haus. Glubbst du nicht? Ne, ich bin dich größenwahnsinnig. Ich bin verrückt nach dir. Wir leben nochmals heute.